Ich bin hier auf dem Campingplatz. Der heißt La Florida. Wird von einem Hamburger geleitet seit 82 und seiner Frau. Gemütliches Ding. Man hat jetzt hier seine Ruhe. Der Pool ist cool. Man kann heiß duschen. Ich habe einen guten Stellplatz. Also, das passt. Und wir konnten uns austauschen über einen Schlag aus der Jugend in Hamburg.